Sylvie Mais läutet die festliche Partysaison mit einem glamourösen Styling-Brunch in Hamburg ein. Und was Styling anbetrifft, ist die 39-Jährige ein echter Profi, inklusive einer sympathischen modischen Schwäche. Ich weiß, wie ich aussehen möchte, was ich ausstrahlen möchte und ja, dazu gehören für mich auf jeden Fall die Schuhe ins Outfit. Und darum style ich dann alles, aber für mich sind die Schuhe, die Schuhe sind so wichtig, weil es meine Leidenschaft ist. Kein Wunder also, dass Sylvie schon zum dritten Mal gemeinsam mit Leichmann eine Schuhkollektion herausbringt. Mit den 19 glamourösen Modellen ist sie auch bestens für die Partysaison ausgestattet. Punkt, Styling für die Feiertage ist also schon mal abgehakt. Genauso übrigens wie das Thema Musik. Ich habe mein iPhone, ich habe meine ganze Musiklist. Ich habe wirklich Listen für alles. Ich habe Listen für meinen Sport, ich habe meine Listen für romantische Abend, für Essen, für Party, für jede Stimmung. Ich habe eine Playlist für alle Fälle. Bei so guter Vorbereitung dürfte Weihnachten und Silvester Sylvie also kaum Kopfschmerzen bereiten. Denn sogar der Geschenke-Einkauf für Sohn Damian ist bereits erledigt. Ich habe schon Geschenke, genau für Sinterklaas, was für die Kinder in Holland so wichtig ist. Vielleicht noch wichtiger als Weihnachten, aber natürlich wird auch in Holland ganz normal traditionell Weihnachten gefeiert. Und auch da habe ich schon ein Geschenk gefunden für ihn. Und welchen Wunsch soll der Weihnachtsmann der sympathischen Moderatorin erfüllen? Die letzte Zeit oder die letzten Jahre ist mir einfach wichtig. Ich wünsche mir diese Gesundheit für mich selber und für meine Familie. Und Zeit finde ich heutzutage Luxus. Um Zeit zu verbringen mit den Leuten, die ich liebe. Und das finde ich so viel wichtiger als Geschenken. Also ich bin nicht so beschäftigt mit Geschenken. Nee, für mich selber gar nicht eigentlich. Es sieht wohl ganz so aus, als würde Sylvis Wunsch in Erfüllung gehen. Dank guter Vorplanung kann sie nun die festliche Zeit in Ruhe mit ihrer Familie genießen und wie immer perfekt gestylt Silvester feiern.